Musik 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 Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße hier hat. Musik 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 Ich kann mich da so gar nicht mehr dran erinnern. Musik 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 Das fass ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, der Energizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Das fass ich nicht. Er war auf Kopp. Oh, falsch. Ich glaube, die haben wir. Ich glaube aber nur. Gibt es ein neues bei dir, Wadesch? Was für Skillshot aus, um dir die Skillpunkte zu verdienen? Diese kannst du bei Versorgungskapsel investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrade zu kaufen. Verwinden dich jetzt wieder mit dem Versorgungskapsel und Nachschub zu erhalten. Okay. Machen wir das nochmal. Oh, mit Leertaste im Ried hier. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich alles ausgegeben, ne? Oh, nur Statistik. Okay. Gehen jetzt ab. Das ist ein Niner. Na, fast. Der heilt's. Der heilt's. Ja, ich komm ja schon. Fall durch. Das Basislager ist direkt vor uns. Sie nutzen Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Ich wollte gerade sagen, klickt er nicht mal um. Was hat denn jetzt hier noch geschossen? Was hat denn jetzt hier noch geschossen? Was hat denn davon geketert? Das geht schnell, ne? Bleiben jetzt Ruhe. Komm her. Geh, sag mal. Dieser Ort ist mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht die Nostalgie schwelge. Ach, er nimmt es so. Okay. Na dann. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Toll. Also dieses Rennen ist echt mies, ne? Mit dem Wackeln. Konfederation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor. Ich halte. Aber was willst du von mir? Slayer, vielen lieben Dank für deinen Zap. Der 49. ist im Laufenden. Krass. Vielen lieben Dank dir und auch dir, Johannes. Einen wunderschönen guten Abend. Gut, soweit und selber. Läuft den Rechner schon? Slayer, wie schaut's bei dir? Alles gut? Alles gut? Hallo? Ich wollte sagen, komm ich. Also zwischendurch geht das Windows-Fenster auf. Das ist schon mal ziemlich abartig. Oder der geht in Pause. Oh, da kannst du ja noch ein bisschen erholen, Slayer. Das ist keine Unterwelt-Operation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Die Kohle habe ich gar nicht. Hör mal, Handschuhe mal unten ab. Nee, kein Upgrade. Der einzige Weg. Aufwachen, Grenzebärchen. Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Slago, du piss, wenn dran bist. Slago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. Skipp! Und du? Ah, er macht's, okay. Da muss man drauf schießen, oder? Ja, gut. Und Timo, auch dir, danke für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. 15. Monat schon. Wie geht's dir, Timo? Aua, ey, das ist nicht nett von euch. Auch hier mal in Deckung, ne? Ey, ey! Hi. Boah, warum? Kleiner Augenblick. Warum geht das denn nicht? Okay. Keine Ahnung. Oh nein. Ich hab ein Wunser. Jetzt die Peitschein. Ahnung. ein terminal für tiefkernbohrungen das ding verwendet schwerkraft fusions kolben da kannst du dich aufladen schade da die könne und upgrade machen leider nicht es ist auf der anderen seite dieser stadt ich hab was für dich du gehen Der Baby! Sannert! Oh, nicht gekriegt. Jetzt mit Gegenträten. Ich habe keine Ahnung, Koala.